Anna-Karina Wojciak schwebt im siebten Himmel Nach dem Liebesaus mit Stefan Ross genießt die Schlagersägerin die Weihnachtszeit in vollen Zügen, und zwar gemeinsam mit ihrem neuen Freund. Mit ihm zeigt sie sich nun nämlich eng umschlungen via Instagram unter dem Weihnachtsbaum. Liebevoll legt der Mann im weißen Hemd seinen rechten Arm um die Taille von Anna-Karina, die in seine Richtung schaut. Zwar sieht man das Gesicht des Heeren nur zum Teil, doch dass es sich dabei um den neuen Freund der 30-Jährigen handelt, steht außer Frage. Die Sängerin hat auf dem Reel nämlich Daniels Profil verlinkt. Dass Anna-Karina nach dem Trennungstrubel wieder so happy ist, freut auch ihre Fans. Ihr zwei Süßen, alles Glück der Welt für euch, genießt die Feiertage, ist da nur einer von vielen Kommentaren unter dem niedlichen Pärchenschnappschuss. Anna-Karina scheint wirklich mehr als glücklich zu sein. Weihnachten ist jener stille Moment, in dem unsere Seele das Herz berührt, zitiert sie unter dem Foto.